Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um das Thema Plotten. Ich möchte euch ganz schnell in einem kurzen Video zeigen, wie ihr mit dem Programm Canvas Workspace ein Bild nachzeichnen könnt. Ich zeige euch das Ganze anhand eines Fotos und anhand einer Grafik. Bei beiden Dateien handelt es sich um ein JPG, also um eine Bilddatei. Und wie das Ganze in Canvas Workspace funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Um jetzt also ein Bild oder ein Foto in dem Programm Brother Canvas Workspace nachzeichnen zu können, haben die Entwickler eine ganz einfache Funktion eingebaut. Und zwar findest du die hier auf der linken Seite. Diese nennt sich Bildverfolgung. Ist ein bisschen blöd betitelt, würde ich es jetzt mal nennen. Aber über diese Verfolgung, diese Bildverfolgung, kannst du eben ein Bild nachzeichnen. Du kannst hier eine Bilddatei reinziehen und ich habe hier mal zwei Dateien vorbereitet. Zum einen, weil ich dir zeigen möchte, wie einfach das geht und zum anderen, weil ich dir zeigen möchte, dass dieses Programm eigentlich nicht so gut für Fotos geeignet ist, sondern eher besser für Bildgrafiken, die du dir irgendwo im Internet runterladen kannst. Bei den ganzen Grafiken denke bitte immer, immer ganz, ganz wichtig daran, dass du eben keine Grafiken verwendest, die geschützt sind, und keine Bilder nachzeichnest, die du irgendwo im Internet findest, die du dann eventuell weiterverkaufen möchtest und so weiter und so weiter. Also achte da bitte wirklich drauf, dass du die Rechte an dem Bild hast und dass du das auch wirklich nutzen kannst, dass es frei verfügbare Bilder sind und nicht, dass es irgendwelche Plotterdateien sind, die vielleicht jemand erstellt hat und die eigentlich zum Verkauf sind und du dir einfach die Bilddatei herunterlädst und diese dann quasi nachzeichnest, um diese Plotterdatei zu erstellen. Das Ganze wäre nicht so wirklich rechtens und nicht so wirklich legal und schätzt natürlich auch nicht die Arbeit des Designers wert. Also wirklich darauf achten, dass es Bilder sind, an denen du die Rechte hast, beziehungsweise Bilder, die wirklich frei verfügbar sind und die lizenzfrei sind. Ich habe hier mal zwei so lizenzfreie Fotos vorbereitet. Einmal ein Foto von einem Hund und einmal eine Grafik von einem Hund. Und wie einfach das Nachzeichnen geht, das zeige ich dir mal anhand der Hundegrafik. Du wählst also dein Bild aus. In der Regel ist es eine .jpg-Datei. Es können aber auch .png, .gift-Dateien oder .bmp, also Bitmap-Dateien sein. Das ist in dem Fall relativ egal. Es muss auf jeden Fall eine Bilddatei sein. Du klickst anschließend auf Öffnen und dann öffnet sich das nächste Fenster. Und diese Standardeinstellung ist eigentlich erstmal, dass Umrisse nachgezeichnet werden. Und du siehst hier schon mal so die blaue Linie und das ist nämlich das, was er danach zeichnen würde. Würden wir das jetzt machen, hätte er einfach einen Umriss von einem Hund, also eine Hundesilhouette. Es ist je nachdem ganz nützlich, was du halt haben möchtest, kannst du auch diese Silhouette ganz gut verwenden. Das kommt halt wirklich darauf an, was du später mit dem ganzen Bild machen möchtest. Wir möchten jetzt aber hier einmal wirklich alle Farben haben, die auch dieser Hund tatsächlich bietet. Denn man möchte den Hund in der Regel ja eigentlich auch mal mehrfarbig plotten, beziehungsweise entsprechend mehrfarbig aus Papier vielleicht ausschneiden, zusammenkleben. Und je nachdem geht das eben mit dem weiteren Nachzeichnen und zwar nach Farben nachzeichnen. Mit diesem Nachfarben nachzeichnen erkennt das Programm automatisch die unterschiedlichen Farben. Und hier oben siehst du schon und auch hier am Ohr siehst du schon, dass er nicht jeden Unterschied macht. Und dazu kommen wir gleich beim Foto nochmal. Also du siehst, er macht hier nicht jeden Unterschied bei jeder Farbe. Das kann natürlich auch daran liegen, dass wir hier nur fünf Farben eingestellt haben. Stellen wir das Ganze ein bisschen höher. Dann siehst du schon, dass es weiter geht, dass er zehn Farben nimmt. Wir können auch auf 20 Farben erhöhen. Und jetzt siehst du, dass er eben entsprechend viele weitere Farben einstellt. Und hier an dem Ohr sieht man auch schon so ein bisschen, da fehlt auch ein ganz kleiner Schatten. Aber das soll uns eben halt nicht weiter stören. Und wenn das alles so eingestellt ist und man jetzt hier das Ergebnis in diesem Bildverfolgungsfenster als gut erachtet, dann kann man einfach hier vorne auf OK klicken und hat im Prinzip seinen Hund nachgezeichnet. Jetzt ist es auch wichtig zu wissen, dass er diesen Hund nicht gruppiert. Also er hat jetzt hier, wenn du auf Ebenen gehst, einmal wirklich alle einzelnen Förmchen und Striche und Grafiken beziehungsweise Pfade des Hundes, Pfötchen und Schwänzchen und Öhrchen und was nicht alles noch an diesem Hund dran ist, als einzelnen Pfad. Jeder Schatten, alles Mögliche ist eben als einzelner Pfad hier enthalten. Und im Prinzip ist das Bild jetzt auch schon fertig nachgezeichnet und könnte rein theoretisch so auch geplottet werden. Natürlich müssen wir es einmal komplett markieren und können es dann so ein bisschen verkleinern. Und dann kann man hier noch so ein bisschen reinzoomen. Man könnte gucken, dass man hier einige Pfade vielleicht miteinander verbindet. Also dass ich sage, ich möchte die beiden Pfade miteinander verschmelzen oder eben gruppieren. Das ist eben so ein bisschen das, was man halt alles machen möchte. Also ich kann sagen, ich möchte die miteinander verschmelzen. In dem Fall ist das eigentlich fast nicht möglich, weil die nicht überlappen. Aber da musst du dann so ein bisschen schauen, wie du den Hund auch später plotten möchtest. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also am aller allerbesten eignen sich zum Nachzeichnen tatsächlich Dateien, die einfarbig sind. Also ein schwarzes Schiff mit einer Aussparung beispielsweise oder ein schwarzer Hundekopf mit einer Aussparung. Diese lassen sich tatsächlich am besten nachzeichnen. Weil das ist eben so die Einfachheit dieses Programms, dass nicht wirklich erkennen kann, dass diese Teile jetzt so ein bisschen zusammengehören. Klar kannst du auch jetzt hier die Ohren und die ganzen einzelnen Teile alle einzeln ausplotten. Aber beispielsweise so ein Teil ist doch schon sehr schmal. Gerade wenn man das jetzt aus Papier ausplotten möchte, ist das nachher später sehr, sehr schwierig, das auch entsprechend aufzukleben. Ja, und so kannst du eben jedes Bild, was es so gibt, mit dem Programm Canvas Workspace nachzeichnen. Und schauen, dass du da eben eine eigene Plotterdatei raushstellen kannst. Und nochmal, um zu verdeutlichen, dass sich das Ganze für Fotos nicht so wirklich eignet, öffne ich jetzt hier nochmal das Hundefoto selber und kann auch hier sagen, ich möchte alles nachzeichnen. Und ich kann auch hier wirklich meine Pfade erhöhen und ihm alles Mögliche, was ich eben haben möchte. Jetzt nimmt er meine 30 hier nicht, warum auch immer geht er nicht weiter. Doch, also mit den Pfeiltasten wohl schon. Und jetzt siehst du, dass sich das alles so ein bisschen verändert. Er braucht sehr lange für die Verarbeitung. Und was man aber schon sehen kann, ist hier zum Beispiel das Ende der Ohren. Der Hund ist eigentlich ein sehr, sehr tolles Bild, um es nachzuzeichnen, denn er sitzt vor einem schlichten, weißen Hintergrund. Da ist kein Baum im Hintergrund, da ist kein Schrank im Hintergrund, da ist nichts im Hintergrund, was stören könnte, was das Nachzeichnen irgendwie so ein bisschen, ja sag ich mal, beeinflussen könnte. Deswegen ist der Hund wirklich ein tolles Bild. Und das ist auch immer ganz wichtig, wenn du dir ein Bild aussuchst zum Nachzeichnen, sollte es ein Bild sein mit einem soliden, schlichten Hintergrund, weil das wirklich am einfachsten ist, dann das eben auch nachzuzeichnen. Und je weiter ich hier die Farben erhöhe, desto mehr Details bekommt er hier drinnen hin. Aber das Ende der Ohren findet er in dem Fall leider trotzdem nicht. Hintergrundumrisse mitzeichnen funktioniert dann schon. Also er findet dann auch das Ende der Ohren. Und dann könnte man den Hund quasi auch auf die Zeichenfläche legen. Aber das Problem an der ganzen Sache, was ich jedenfalls finde, ist, dass das Foto quasi so eigentlich schon geplottet werden kann, aber nicht wirklich plottbar ist. Es besteht aus mega vielen Einzelteilen, aus kleinsten Flecken. Und das Ganze ist eben etwas schwierig, das wirklich dann vernünftig auszuplotten, die ganzen Pfade miteinander zu vereinen und da auch eine Datei daraus zu erstellen, die eben entsprechend vernünftig geplottet werden kann. Man könnte hier tatsächlich sagen, okay, ich nutze so ein Foto beispielsweise, um wirklich nur den Umriss zu nehmen. Aber da ist die Frage, ob das in dem Fall tatsächlich so viel Sinn macht, weil man hier wirklich nicht viele schöne Details finden kann. Das ganze Nachzeichnen funktioniert also tatsächlich sehr, sehr einfach. Für einfache Dateien wie beispielsweise den Hund, den ich dir am Anfang gezeigt habe, also die Hundegrafik, ist das alles wunderschön machbar. Man kann damit auch sehr, sehr schön Konturen, Silhouetten nachzeichnen und das entsprechend für das Erstellen einer Plotterdatei nutzen oder eben gucken, dass man hier eine solche Grafik nachzeichnet. Für das Nachzeichnen von Fotos werde ich für dich nochmal gesondert ein Video aufnehmen und in diesem Video werden wir uns dann mit zwei anderen Programmen beschäftigen. Diese kannst du dir vielleicht für das nächste Mal schon mal herunterladen. Und zwar handelt es sich in diesem Fall einmal um das Programm GIMP. Das ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm. Und einmal um das Programm Inkscape. Das ist ebenfalls ein kostenloses Programm. Und mit diesen beiden Programmen zusammen möchte ich demnächst in einem weiteren Video zum Thema Bilder nachzeichnen mit dir zusammen eben ein Foto entsprechend nachzeichnen und plottbar machen. Ich hoffe, du konntest die einzelnen Schritte jetzt nachvollziehen, wie man in Canvas Workspace ein einfaches Bild nachzeichnet. Ich persönlich bin nicht so überzeugt von diesem Programm bzw. von dieser Funktion. Das hast du sicherlich in diesem Video gemerkt. Ich hoffe aber trotzdem, du weißt, wie das Ganze jetzt funktioniert und kannst es in deinem Programm ebenfalls nutzen. Im nächsten Video, also in zwei Wochen, geht es dann einmal um das Nachzeichnen von Fotos mit Hilfe von den beiden bereits genannten kostenlosen Programmen. Und zwar ist es einmal GIMP und einmal Inkscape. Inkscape habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das verlinke ich euch hier oben in der Infobox mal. Und wie das Ganze denn funktioniert, zeige ich euch eben in zwei Wochen. Ich hoffe, da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr draus ziehen und damit kriegen wir die Fotos wesentlich besser nachgezeichnet und plottfähig gemacht. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß beim Plotten und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und hier unten meinen Kanal abonniert, damit ihr auch kein einziges Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag und viel Spaß beim Plotten. Tschüss! Musik 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 Musik